Wenn Sie in St. Gallen hier in der Schweiz leben und mehr Informationen über Insulinorm hier bei St. Gallen kaufen möchten, sehen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. In diesem Video werde ich Ihnen alles erzählen, was Sie über Insulinorm wissen müssen, ein 100% natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das entwickelt wurde, um den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und sogar Leben zu retten, indem es vor Hyperglykämie, der Hauptursache für Diabetes, schützt. Schlechte Ernährung, vor allem übermäßiger Konsum von zuckerhaltigen und verarbeiteten Lebensmitteln zusammen mit Bewegungsmangel sind die Hauptursachen für Diabetes. Die Behandlung beinhaltet in der Regel Änderungen des Lebensstils, insbesondere in der Ernährung und Bewegung. Medikamente wie orale Antidiabetika können jedoch auch erforderlich sein. In diesem Zusammenhang ist Insulinorm eine hervorragende Option, um den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und mit der Insulinresistenz fertig zu werden. Alle Symptome, die mit Diabetes verbunden sind, verschwinden bei regelmäßiger Anwendung. Sie können es online über den Link in der Beschreibung dieses Videos kaufen. Klicken Sie einfach auf den Link, um zur offiziellen Website des Herstellers weitergeleitet zu werden und die Bestellung aufzugeben. Beachten Sie, dass Insulinorm nicht in Apotheken oder auf Amazon erhältlich ist, sondern nur auf der offiziellen Website. Diese Ergänzung bietet viele positive gesundheitliche Auswirkungen wie Gewichtsverlust, verbesserte kardiovaskuläre Zirkulation, erhöhte Energieniveaus im Körper und Schutz vor Überproduktion von Zucker, zusätzlich zu vielen anderen Vorteilen, die Sie in den ersten Wochen der Verwendung zu erleben beginnen. Seine natürliche Zusammensetzung ermöglicht es jedem, es ohne Nebenwirkungen zu nehmen. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt waren von den positiven Auswirkungen dieses Produkts beeindruckt. Es wird in einem Labor hergestellt, das alle Qualitätsstandards der Europäischen Union erfüllt, mit modernen Technologien und den besten Zutaten. Insulinorm in Apotheken in der Schweiz. Wir wissen, dass viele von ihnen lokale Apotheken durchsucht haben, aber die Realität ist, dass es ziemlich schwierig ist, Insulinorm in diesen Geschäften zu finden. Tatsächlich ist es selten, es zum Verkauf zu sehen. Der Hauptgrund dafür ist, dass Insulinorm in begrenzten Mengen verkauft wird und daher Schwierigkeiten hat, die Regale von Apotheken zu erreichen. Ein Großteil dieser Ergänzung ist für den internationalen Markt bestimmt und wird hauptsächlich von privaten Kliniken erworben. Exklusiver Verkauf auf der offiziellen Website. Insulinorm wird ausschließlich auf der offiziellen Website des Produkts verkauft. Es ist derzeit in neun Ländern verfügbar, hier in der Schweiz, Deutschland, Italien, Österreich, Spanien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Chile und Portugal. Um dies zu erleichtern, werde ich den Link der offiziellen Website der Schweiz und anderer Länder in der Beschreibung dieses Videos belassen. Es ist wichtig, dass Sie auf den Link klicken, der Ihrem Land entspricht, um sich zu registrieren und persönlichen Service zu erhalten. Denken Sie daran, Insulinorm wurde von der renommierten Firma Geberich getestet und validiert, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Der Link zur offiziellen Website befindet sich in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Klicken Sie auf den Link und Sie werden auf die offizielle Website des Herstellers weitergeleitet, wo Sie Ihre Bestellung aufgeben können. Geben Sie Ihre Kontaktnummer ein. Ein Vertreter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen detaillierte Informationen zu geben und Fragen zu Insulinorm zu klären. Derzeit ist Insulinorm 50% billiger, aber sei schnell, da die Nachfrage schnell das Angebot übersteigen kann. Wenn Sie bereits Insulinorm erleben, teilen Sie Ihre Geschichte in den Kommentaren unten. Und wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht zu fragen. Das ist es. Ich habe dieses Video aufgenommen, um vor Vorsicht beim Kauf von Insulinorm und der Bedeutung der sorgfältigen Behandlung zu warnen. Diabetes-Probleme können schwerwiegende Komplikationen haben. Beginnen Sie die Behandlung früh, um irreversible Folgen zu vermeiden. Ich hoffe, dass dieses Video nützlich war und Insulinorm hilft, Ihre Gesundheit zu verbessern.